UNTERTITELUNG Das war's für heute. Sieger auf der Matte 4 werden die Fahrverboten, das ist Sultan Mohamedov aus Rockerburg-Hausland, siegt durch technische Länge. Zur Matte 4, Kampf Nr. 65. 44. Kilo-Grundigen und geskindt mit Erfolterführung gegen Thürichs, Schlichten-Grundberg. Auf der Matte 3 kommt kaum einen Sieg durch den Kronik-Ein-Grundführer Kaum-Hunke aus Pausa. Zurück der Sieger aus der Matte 1 wurde Yusuf Baigus aus Saarbrücke. Ich rufe zum Matte 1, Kampf Nr. 69. Axel Tafio aus Esbach gegen Marc Balowski aus Wölkberg. So, und in Teilung durch Diko Ereganow, Germania Freiburg gegen Alexander Komarowski, Siegfried Halberg, Großmeier. Hande 3. Schmerzproken Hashtag Dari Vielen Dank. 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 Vielen Dank.